ich muss es einfach üben um spaß zu haben irgendwie muss mich ja aufheitern ist also der monos zieht mich ein bisschen runter muss ich sagen der noch nie geflippert hat hat was verpasst das war voll bock jetzt habe ich bock zu flippern weg damit okay das möchte ich noch einmal machen das macht wenig spaß flippern kann ich auch vermut am flippertisch rum rütteln drücke ich mal weiter ja ja den knopf wo ich kann nicht den tisch wackeln das ist so geil dass man so rumtricksen kann hallo alter ganz knapp es macht echt spaß muss man sagen und jetzt wird es natürlich verkacken aber egal ich habe ich neben den tisch gewackelt habe ich doch gemacht oder ich habe keine ahnung auf jeden fall wir haben gewonnen ja das relativ schnell die waren auch todesmöglichen sehr lange bei den schlägern geblieben das war ein fötaler fehler weiter geht's mach das doch weg alter wie gut dass ich keine facecam benutze obwohl es wird noch ein bisschen schwung in die salame dynamik bringen bewege dich nicht natürlich warum kriegt aber das jawohl bring dich selbst um weißt du alle die bowser party okay ist ein marathon das ist also noch marathon laufen hauptsache bis zum ende das ist doof gefällt mir überhaupt nicht ich möchte gerne hin und her laufen können wie ich will und sterne sammeln aber dass man noch nicht mal die runden anzahl wie viele runden gespielt wird mit mini spiel unterbrechung bis man halt dingens weiß schon bis man dann halt so viele runden gespielt hat und dann so oft das brett umrunden kann so muss das sein das ist doch doof so wie es jetzt ist das gefällt mir nicht so wirklich aber die hoffnung das sind jetzt zwei würfel alter ich komme nicht hinterher aber das scheiße ist hat sie heute in einem würfel nehmen können die mich noch nicht wenn ihr Mann da die siebte runde rum ich habe noch nicht eine umrundung geschafft selbst mit dem würfel hätte ich sie noch nicht okay ich habe jetzt eine umrundung aber mit würfel wäre es auch nicht wesentlich schnell gegangen aber ich würde sagen mitte oder rechts aber bausers böses bingo hoffentlich wird es gut ja halte und gedrückt und hebe das gamepad schnell an um zu würfeln zeit für bingos ich habe keine ahnung wie es geht ich war noch gar nicht fertig aber auch egal okay das sagt mir gerade überhaupt nichts aber auch egal scherp scherp alter dort ist komplett voll okay ich habe vergessen wie heißt spike oder glück 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 ja geil gar nicht vorhanden super mega auch nicht alter ist doch schon alles weg blöd man wird für runde ach weißt du was leckt mich wer so ein glücksspiel ich hasse glücksspiele ja komm mal wie ich glücksspiele hasse ich bin begeistert jetzt möchte ich gerne igloo und buhuu würfeln komm schon jawohl da war schon mal ein bingo jetzt wäre ein buhuu nicht verkehrt dann kriegen wir das hin na gut das ist ja schon mal weg jetzt ein buhuu und wir haben es gerockt komm schon komm schon buhuu ich mache die augen zu und werfe einfach wann willst du dich eigentlich verarschen ey glücksspiele ich sag's doch glücksspiele sind scheiße toll fick dich doch ey was so eine scheiße ey dieser amiibo kram geht mir voll auf den geist hängt alles jetzt damit zusammen das geht boah das zieht mich so runter ne ich hab mehr erwartet wenn ich ganz ehrlich bin meine güte wenn ich jetzt wenigstens jemand hätte der mit mir spielt aber komm heute noch ja kauf dir noch mehr drecksplunze meine fresse ist das ein kack also jetzt muss ich ganz ehrlich bis jetzt war das beste der ma äh der bowser party modus ist keine wirklich äh große revolution aber es hat wenigstens spock äh spock bock oder spaß oder zusammen spock hat wenigstens richtig bock gemacht aber das hier ist doch ne ja ja komm gib her die scheiße natürlich na klar pff halt die fresse komm mach schneller ey ich will das hinter mich bringen mit dem amiibo äh modus werde ich überhaupt nicht äh glücklich also wir wären keine freunde nein 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 werden wir nicht ja oh ich kann das auch wegdrücken sehr schön das spare ich Zeit und Lebenslust naja immerhin jetzt kann ich wieder versuchen einen auf Teilnote zu machen und blasen irgendwie muss ich mich ja hier unterhalten ne man wolfe mal kenn ich schon ja mach wow jetzt ist das schon wieder richtig unfair weil sie nur einen Herz haben das ist so äh diese Balance ist echt grausam die Balance ist echt grausam muss man sagen wirklich grausam genau wie dieser amiibo modus total grausam es geht auf den Geist man es ist doch keiner mit keinem dabei mach das so einfach ganz weg du dummes spieler kannst du das nicht merken oder was boah alter ich muss mir mal eine Facecam hier zulegen für sowas boah das ist ja grandios Münzbonus fieler schlusslich Yoshi natürlich der hat es auch nötig nur weil er nur ein paar Münzen hat äh zwei Stunden gleichzeitig na klar man muss nur dahin kommen pfff boah ist das behindert äh ja hier I go ja hier I go ich drücke einfach mal durchgehend an damit es schneller geht ja schön verpiss dich dim 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 boah ey äh ich kann sagen was willst irgendwas ist doch nicht ganz richtig in dem ähm ach komm ach komm hier komm eins ja ist genau gleich scheiße schenk mir einen Stern oder verkauf mir einen muss immer mein Kind mein einziges leibliches toll ja geil alter ist neu blöd diese Euphorie wahnsinn ich bin begeistert das? Pass auf, ey. Giftpilz. Hä? Was macht das denn? Das macht gar nichts. Das macht einen feuchten Dreck. Ich komm noch nicht mal zu dem Fass, weil ich so unglaublich scheiße Würfel. Ja, voll geil. Mach rechts. Geht doch, Bowsers Clown Kletterei. Wenigstens etwas. Sieht interessant aus. Und ja, ich weiß, dass ich das Gamepad nehme. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. Ich drücke so oft wie angeben. Okay, üben wir mal. Mal gucken, ob was passiert, wenn ich einfach zu oft drücke. Ob ich dann runterrutsche. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich muss aufs Gamepad gucken. Okay, das ist easy. Und vor allem ist es knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. So, dann machen wir mal. Ich mach mal anders. So, wenn ich mit den Daumen drücke, geht es viel schneller. Und das ist nicht mehr so knapp. Ich könnte auch das Gamepad einfach andersrum halten. Also mit dem Bildschirm zum Fernsehen. Und dann einfach immer mit dem rechten Daumen. Dann kann ich ganz schnell drücken. Das ist eine geniale Taktik. Damit würde ich ja sorgen. Komm, weiter. Ich will das. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Ich trinke was. Juhu. Toll, jetzt ist die Dose leer. Ach, du bist doch behindert, Junge. Kaul unfass. Ach, jetzt auf einmal? Hä? Dann machen die mal... Nein, ich will nicht. Was? Wie? Boah, es einfällt weitergekommen. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Wie behindert ist das denn? Äh. Äh. Klau ihm was. Wenn es ist etwas. Let's go. Let's go. Wo meinst du wohl Fotzko? Ach, Trolla. Äh. Ich verstehe die Logik nicht. Äh. Ich verstehe die Logik nicht. Äh. Ich... Was bringt das Fass? Anstatt zu mir einfach alles zeigen. So wie damals. Boah, ist das beknackt, ey. Äh. Puh. Ist das ein Dreck, Alter. Ja, kipp um, stirb. Besonderes Ereignis. Gibt mir drei Sterne. Toll, Sachen, die mir nichts bringen. Toll. Ja, geil. Ist sowieso die letzte Runde. Würdest du mich verarschen. Pff. Ich fühl an, wie ist das Gamepad jetzt in die Ecke klatschen? Weißt du das? Äh. Toll. Die sind nichts mehr. Ach, weißt du was, ey. Yeah, Schikane-Rad, du. Toll. Boah, ist das ein Kack, Alter. Führe, du, den Touchpad über den... ... um das Rad zu drehen. Brauche ich keinen Touchpad. Ich nehme einfach mal eine Grabelfinger für. Alles klar. Mann, ey. Die Spiel halten ich einfach nur über Wasser, damit ich hier nicht durchdrehe. Boah, das ist trotzdem cool. Eine coole Sau ist das. Oder besser eine coole Kröte. Bläh, 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 bläh. Äh. Bläh. Bläh, 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 bläh. Wee, wee. Ich möchte noch weiter drehen. Das ist das Einzige, was bei diesem Modus hier überhaupt Spaß macht. Die Minispiele. Ein weniger Gegner für Bowser. Ihr seid gar nichts für mich, ey. Ihr seid nur armselige Maden. Hä? Mann. Ich zerquetsche euch. Wie ein Ei. Na, und ja, hey. Toll. Die... Ach, komm, ey. Komm, am besten direkt vor den Stern, damit er den noch kriegt. Na, wäre das nicht fair? Das ist so bescheuert. Was bringt das denn? Das ist so dumm. Boah, das richtet mich voll auf. Hammer, Alter. Boah. Darf ich den Blöden wieder? Ich bin wieder. Ach, weißt du was, ey. Du kannst mich mal... Du kannst mich mal mit deiner langen Zunge den Arsch lecken. Boah, das macht mich gerade voll aggro. Verbiss dich, Schlampe. Aber warum kriege ich die? Sechs Münzen und ich habe vorhin nur drei gekriegt. Ja, hier, komm. Ja, ich wollte gerade sagen, das mache am besten eine Eins. Boah, Alter. Ja, klar. 101 Dalmatiner. Leck mich. Boah, das ist ein Kack, Alter. Na, kommt da ein oder zwei Päder? Ach so, er macht es gar nicht, weil er dumm ist. Klau ihm bitte was. Haha. Ich brauche wenigstens etwas. Zwei Sterne. Was für ein Penner. Pff, ist das ein Kack. Und damit kommen wir zum Ende. Es wird auch Zeit. Es wird Zeit, die Platzierung dieses Amiibo-Party bekannt zu geben. Ah, toll. Es gibt auch nicht mal irgendwie einen Bonus. Toll. Was habe ich da jetzt angekippt? Büro mit dem Amiibo, die alten Marken zu speichern. Na, toll. Aber wenigstens etwas. Weichere Daten. Die Daten wurden auf dem... Toll. Glückwunsch, rüste eine neue Marke aus, wenn du deine nächste Amiibo-Party vorbereitest. Das wird so schnell nicht passieren. Höchstens, wenn ich vier Mitspieler habe, damit ich den Kack nicht alleine machen muss. Pff, Glück mit den Idioten. Boah, ist das ein Abfuck-Modus. Glückwunsch. Komm, geh mir nicht auf den Geist. Auf den Amiibo-Spuren. Kannst du dir sonst wohin klemmen. Guck dir mal, wo ich bin, Alter. Da unten. Weil man nichts hinkriegt. Voll der Dreck. Das ist so... Beknackt einfach. Ja, hier, ich bin wenigstens ein gemachter Koopa. Ich bin stinkreich. Boah, ist das ein kacke Level. Bestimmt nicht noch einmal spielen. Boah, Alter. Haben wir gesehen und wird es nicht mehr geben. Erhalte einen Bonus für das Verwenden eines Amiibo. Komm, dann gehen wir mal schnell drauf. Berühre. Ich kann natürlich alle draufsetzen, aber ich mache jetzt nur den einen. Berühre. Einmal pro Tag mit einem Amiibo auf dem... Aha, um einen Bonus für dieses Amiibo zu erhalten. Pause. Amiibo-Bonus-Debüt. Aha. Datenwut auf dem Amiibo. Okay. Sockel ändern. Ja, warum nicht? Okay. Warum kann man sich einfach drauflassen? Boah, das ist hin und her. Das ist so nervig. Tschüss. So, einmal kurz wegstellen, den guten alten König, der Koopa. Versuche dich an lustigen Bonusspielen. Sieh dir Bonusfunktionen wie den Laden und die Fotowerkstatt an. Und dann gehen wir mal schnell rein. Quitschung noch in den Parten, ist uns auch egal. Habe ich ja eh gecuttet, weil 40 Minuten am Stück, das würde ich selber nicht gucken. Abwärts, so um die 40 Minuten sieht man halt, ne. Habe ich auch beim letzten Mal gesehen. Habe ich gecuttet und fertig. Willkommen im Tollzimmer. Hier kannst du im Laden mit Mario Party Punkten coole Sachen kaufen und tolle Fotos machen. Ich hasse Fotos. Laden Mario Party Herausforderung. Das ist der Fotowerkstatt. Miiverse Einstellungen. Kredite. Wurfig. Wie das ob während der Söhne werden sollen. Ah ja, von mir aus. Ja, hier. Computerschwierigkeit meisterlich. Bestimmt nicht. Hier kannst du mit deinen gesammelten Mario Party Punkten neue Dinge kaufen. Yeah. Klosett, yeah. Die muss auch immer dabei sein. Ausgerechnet die. Warum nicht Shy Guy? Shy Guy ist viel cooler. Cooler als Freeza. Vehicle. Was haben wir denn da? Ah, ah, ah. Altes Flugzeug. Die Riesenkugel für die Schlossstampfer. Sieht cool aus. Bowserverdrescher. Den nehm ich. Schlossstampfer nehm ich. Den nehm ich. Den nehm ich auch. Blupa Val... Blupa Val... Val U-Boot. Nein. Was haben wir hier? Musik. Foto. Blup, 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 blup. Okay. Kommt auch was vom Bowser. Mega-Cool-Pakettenjagd-Hintergrund. Sieht ja cool aus. Drei neue Toad-Posen. Aha. Vehicle. Nehmen wir noch einmal Mutanti. Und Spielzeug-Log. Da müssen wir auch das Letzte noch rausschmeißen. Bowser-Sammlung. Na, warum nicht? So. Jetzt sind wir arm wie die Kirchenmäuse. Ne, 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 ne. Musik. Das ist ja alles ganz normal. Herausforderung. Überprüfe deinen Fortschritt beim Mario-Party. Herausforderung. Nö. Jetzt erstmal nicht. Und jetzt warten wir einmal, bis der Lademeldschirm durchrasselt. Ein Bonusspiel machen wir noch. Und... Okay. Ich würde mal sagen, die Bonusspiele machen wir ein anderes Mal. Einen neuen Part. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause vor dem ganzen Spiel übrigens. Weil, ganz ehrlich, Einzel- oder Doppel. Ähm, das. Hier. Das, ne. Das hat mich gerade so runtergezogen und abgefuckt. Aber ich kann Bock mehr drauf. Ich halte einen Bonus für das... Ach ja, genau. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Von diesem Part. Von diesem Kack hier. Und wir sehen uns das nächste Mal im Bonusspiele wieder. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie das wird. Hoffentlich wird's lustig. Ich hab keine Ahnung. Das war's für heute. Ich brauche eine Pause. Arrivederci, meine Klammer-Kronis. Und bis zur nächsten Folge Mario Party 10. Um 10. Tüdelü. Und, ja. Arrivederci.